Moin, so sieht das Ganze einmal aus auf dem Heimtrainer während der Fahrt. Hier mache ich mir einmal, ich mache jetzt hier auch gleich einen Schnitt, weil mit der Handykamera ist das ein bisschen schwierig und ich muss halt nicht professionell, aber trotzdem kann man es zeigen. So sieht der Heimtrainer von außen aus. Das ist das gute Stück. Braucht keinen Stromanschluss, wird nur durch unsere Leistung betrieben. Den Sattel können wir hier bewegen. Das ist oben unser Display, da können wir sämtliche Informationen rausnehmen und auf der Seite haben wir die Griffe mit Sensoren ausgestattet, die wir dann easy greifen. Hier unten haben wir den Stopp, mit dem können wir die Geschwindigkeit jederzeit ein bisschen angelassen und den Widerstand. Den Lenker lässt sich verstellen, hier unten haben wir das Rad, mit den Gewichten. Hier haben wir unser Pedal mit Schuhschleife, nennen wir es einfach mal, oder Fußschleife. Dort können wir das ganze sicheren Halt gewährleisten, zur Not festziehen und abschließend haben wir dann hier höhenverstellbaren Sitz.